Für so ein Szenario habe ich mein ganzes Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Wir haben nicht viele Informationen und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht solange Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Alle Verbrecherbahnen, mit denen wir je zu tun hatten, kontrollieren die meisten dieser Viertel. Sie nehmen, was sie wollen und morden nach Lust und Laune, weil wir niemanden haben, der sie aufhört. Bei einem Gebiet dieser Größe und so vielen Chaoten, kann ich sie doch nicht den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Captain, wir sind die Wölfe. Das sind meine Leute. Das ist meine Stadt. Wir holen sie uns zurück. Die Wölfe.